Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum. Keiter, Jürgen, Kripps und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verreistige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Die Stadt Feiglinge! Verreist ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Gamerale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu larnen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmelle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als wittigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, um Jahre alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, den Zerrapper erobert! Verreiter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt, der deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerne! Jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Der Krieg ist verloren! Mit People ofiziere!